Was geht ab, ihr Geinschnittchen? Wir kommen zurück zu seiner Folge Wompsklamoos. Heute mit allen noch Peter, denn der ist in Honeys Moon. Ich bin rot. Das ist ja krass. Skinner! Der Peter ist nicht da, da werden die Farben anders verteilt. Wobei, Bram ist wieder grün. Ich bin grün, ja. Bram ist immer grün. Ich bin wieder blau. Wenn ich der Host bin, mache ich mich immer auf grün, dann mache ich die Farbe nicht immer einfach. Oben einfach eine Grenade. Achso, man kann das aussuchen? Ja. Das wusste ich auch gar nicht. Wie hält das? Jetzt? Ah! Du Einpenner. Komme ich trotzdem hoch. Ah! Spring nochmal! Jawoll! Nein! Och! Du hast doch so eine Taucherglocke. Ja, finde ich auch frech, dass die nicht zählt. Aber das ist so eine altmodische, die hält nicht so ewig. Ja, da fehlt leider der Sauerstoff. Oh! Warte mal. Doch, wieder nicht. Ich hatte eigentlich vor, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Wasserbombe oben rüber auf die zwei gelben rechts zu werfen. Dann habe ich aber erst gesehen, da oben ist eine Wand. Also eigentlich? Ach kackes. 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 Wie, also... Hm. Pilze, 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 Pilze. Ein bisschen, ne? Pilze, Pilze. Oh, das ist weit. Weit! Ja! 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 Er hat's verkackt! Er hat's verkackt! Er hat's verkackt! Ja! Beide Dämonen, die ich ange... Wo hängt denn das Wasser da rechts? Ja, Bram, da ist noch so ein kleiner Pinöppel, den sieht man nicht. What? Wo ist ein Pinöppel? Lol, stimmt. Da ist kein Pinöppel. Okay, du wärst eh nicht runtergespielt worden. Da ist kein Pinöppel. Was ist das? Ein Arsch. Ja, das ist Magie. Ja, ich sag doch, der Dämon, den ich beschworen habe. Magie. Ja, den mag ich halt am besten. Ja, und dann nach rechts weg. Okay. Oh, gar nicht. Nur nach rechts weg. Warum schüppst du den grünen, Marona? Ich meine, das wird ne leckere Explosion. Oh, oh. Ah, sehr gut. Yes, der ist auch weit geflogen. Der ist zum Glück nicht weit genug geflogen. Ach, guck mal. Er darf nochmal. Das Wasser sieht so strange aus. Das ist wirklich Cheaterino. Also selbst wenn ich Jay perfekt getroffen hätte, der würde da einfach liegen bleiben. Aber jetzt die Granate fallen lassen, Jay. Ja. Auf mich. Klingt smart. Ich finde auch, das klingt smart. Was war smart? Ich war endlich mal einer, der auch die Granaten sieht. Jetzt sind wir hinten, aber ist okay. Äh. Granat. Ich weiß, was du meinst. Ich merke das schon. Alle gehen wieder nur auf mich. Ich weiß auch nicht, was wir hinten jetzt auf Christian haben. Ja, ja. Aber man muss da sagen, Christian, in 135 Jahren bist du auch selber auf dich gegangen. Wow. Das stimmt. Ja, sag ich ja. Aber er hat sich auch lebend dahin teleportiert. Sepp ist nur auf mich gegangen und er hat es verkackt. Ey, das Spiel ist mega buggy. Da konnte ich überhaupt nichts hin. Ja, stimmt. Ey, warte mal. Mein Zil, das geht von der Rutschigkeit her. Nimm rechts eine Mine und dann fliegt er auf die andere Mine. Ja, ich will keine Mine. Das ist ein bisschen hoch. Von der Rutschigkeit. Nicht Brammen runterspülen. Ich glaube nicht, dass er mit der Wasserbombe geht. Aber vielleicht geht das Wasser ja nach rechts so runter. Aber jetzt ist die Zeit eh vorbei. Also. Aber es war zu wenig Wasser nach rechts. Es war zu wenig Knie für die Arme. Ja, zu wenig, zu viel. Hätten Christian und ich uns zusammen getan, wäre mega. Ne, ist schon okay, dass ihr euch da nicht zusammengetan habt. Also oben ist ja zu, ne? Du kannst da oben einfach aufschießen. Ich kann nichts anderes mehr machen. Doch, du kannst oben aufschießen. Fuck. Nein. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ah ja. Ah ja. Blub, blub, blub. Ah ja. Okay, wie kriege ich dich jetzt am besten da weg? Einer auf der Fass schießt. Einer auf der Fass schießt. Das ist richtig, aber was passiert dann? Ja, dann fliegt der nach links weg. Und wir in deinem, deinem Wurm auch Schaden machen. Aber ich weiß ja wie viel. Jawohl, Gott sei Dank. Das ist die Frage. Boah. 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 Ich glaube so ein 42. Ja, okay. Boah. Heftig ist der weggeflogen. Da knabberst du dir aber selber auf die Insel ab. Das ist richtig, aber ich glaube das könnte wert gewesen sein. Ich glaube auch. Boah, das war stark. Unverhofft, aber stark. Granate da runter, Jay. Halt die Schnauze da. Ey, mach mal Alpha, schieß da oben die Insel weg, Jay. Wir knabbern uns die weg. Wenn du da oben drauf schieß, schieße ich auch da oben auf. Man muss das nur links machen. Nee, schieß da oben auf die Insel. Ach Jay. Guck mal diese Feindbilder. Feindbilder? Kannst du froh sein, dass ich nicht zweimal auf dich gegangen bin. Ja. Ja, ey, guck mal. Wirklich, ey. Kannst du froh sein, dass ich nicht zweimal auf dich gegangen bin? Moment, Moment, Moment. Kannst du froh sein, dass ich nicht zweimal auf dich gegangen bin? Hä, wo da, wo meine Würmer gestartet sind und ich nicht zweimal auf Steph gegangen bin, ist ja auch wirklich so. Wie du das gesagt hast, weißt du? So richtig abfällig. Ja. Herablassend. Ja, du meckerst ja rum, dass ich auf dich gehe. Ich habe nur gesagt, immer diese Feindbilder. Das wäre mein Plan B gewesen, wenn Steph meine beiden Würmer gekillt hätte. Komm ich da hoch? Es gibt noch keinen Wurmwechsel, den hätte ich lieber benutzt. Den gibt es erst dann, also nächste Runde. Ich sag nein. Oh, Herr Schatz. Dann spring nach vorne. Was? Dann spring nach vorne. Leute. Ich springe wirklich nach vorne doch nicht. Natürlich springe ich da nach vorne, Alter. Ich bleibe doch nicht auf der Ecke. Ja, aber wer da die Mide ist, da hattest du Glück, dass die hier aufgelöst ist. Soll ich mal kurz sagen, weißt du, was das ist, was das ist, was das ist. Es sind zwei Leute fast noch voll. Einer ist noch voll. Ich bin fast tot. Ja, Jonathan ist halt auch ein Arsch, ne? Ne, du. Ich? Du hängst da genauso mit drin, mein Freund. Ne. Du hast mir doch gerade, du hast mir den gerade da runter geschossen, natürlich. Ja, aber nur weil der halt direkt neben mir stand. Da war kein anderer in der Nähe, Christian. Im Grunde ist das völlig egal, aber das Ergebnis ist doch das gleiche. Ja, das Ergebnis ist das selber, aber das war keine... Also ich hätte da jeden anderen auch in den Fokus genommen, Christian. Ja. Das lag nicht an dir. Ja, ja. Also wenn du jetzt einfach auf jemand anderen gehst, ja genau, ich appreciate, dass du auf jemand anderen gegangen bist. Das war eine erfolgreiche Runde trotzdem. Auch wenn ich das nicht mehr geschafft habe in den drei Sekunden. Ach, das war Bram. Lol. Okay, appreciate dich nicht. Bram, du Arsch, weißt du auf mich gehen. Wollte ich auf dich gehen, ich wollte einfach eine Granate ins Spiel bringen. Der Bazooka gegen den 120er. Ja, genau dahin. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ach, Jay. Mach da jetzt nicht den hier. Das tut doch nicht nur gut. Ach, ja. Geht das jetzt? Ne. Was ist denn das für ein Ding? Ist das ein Wasserteil? Das geht irgendwann noch kaputt. Ich glaube, das geht irgendwann kaputt. Ja, aber wenn jeder von mir nicht bei zwei Schüssen kaputt gegangen ist. Er war in deinem Schiff. Gehört einfach. Das war ja nice. Ich hab die Falltaste benutzt. Hä? Aber kannst du den nochmal benutzen oder nicht dann? Nope. What? Ne, das kann er nicht. Ach du Scheiße. Oh, Christian hat sich nebeneinander gesetzt. Ist runter auf die Gäbel. Solche. Ja. Als wenn. Oh. Nein. Jawoll, Junge. Ha. Nice. Korea. Let's go. Korea. Let's go. Aber Gero muss sofort losfällen. Auch wenn ich mich damit selber schütze. Let's go. Nein. Jawoll. Schön auf uns rein. Jawoll. Bitte die Gelben da rechts. Immer weiter. Jawoll. Bislang ist doch kein Gelber getroffen. Let's go. Immer weiter. Aber Gero. Ja. Wahnsinn. Jho. Na shit. Ja und da geht m ya. Ha ha ha. Alter Jay's so ein miserlacker. damals was da leid. Ja, nix an Schaden bekommen. Christian, ey. Das ist ein Schaden. Okay, Bram, wir müssen uns verbünden. Was? Was? Das gibt's doch nicht. Aber Geddon ohne... Vier Würmern ohne Schaden? Das hatten wir noch nie. Das hatten wir noch nie. Alter, das war ja mal der... Okay, das war... Das war... Das war das Highlight des Tages. Das war die Waffenbisske, die ich schon seit Ewigkeiten jetzt daneben meinem Wurm gelegen hat. Geil. Die hätten wir sonst von Anfang an gehabt, ne? Ja. Alter, krass. Alter, ich krieg meinen Mund kaum noch zu. Ich auch nicht. Das war heftig. Wir müssen Jano versuchen, seine Würmer zu füllen. Ja, das ist... Das wird hart, sag ich mal. Das wird hart. Hä? Ich hab da einen Fallschirm gehabt. Hä? Hä? Okay, das ist ja strange. Das ist ja richtig. Das gab's ja noch nie. Warte doch den Fallschirm. Der 150er oder der Gröne ist ja nicht so schlecht. Herr Bram, also... Mein Angebot steht noch. Ja, das... Ich bin ganz ehrlich, Sepp. In anbesicht der Lage werde ich das annehmen. Ich hoffe einfach drauf. Willst du mich verarschen? Also... Wie, Jonathan? Was willst du denn jetzt? Dass wir erstmal Jonathan ein bisschen dezimieren, wenn er vier Würmer... Nein, da bin ich aber auch ganz dabei. Jonathan hat ja sonst Easy Game mit uns. Wirft er gleich eine Banane, dann sind wir einfach tot. So ein zeitlich begrenztes Angebot. Von meiner Seite. Auch wenn du jetzt nicht getroffen hast, ne? Da hab ich schon appreciated... Also sollte er in die Richtung gehen, in meinen. Ja, aber da war dieser Nippel, dieses Riesenteil im Weg, ey. Mhm. Okay. Arschkeks, ey. Der hat auf jeden Fall Bock, Alter, auf... Das könnte schwierig werden mit deinen Würmern da unten. Das ist ganz schlecht. Oh! Da küsst du ihn wieder rüber. Das ist ein bisschen dämmer. Ach, krass. Weg damit, Bram, dann müsste er da... Damit er dann nur von weit entfernt aufschießen kann, wenn dann... Leben. Kann man nach dem Teleport noch was machen? Nein. Also nach dem Schuss-Teleport? Ja. Ja. Das musste dann aber jetzt echt schnell klappen. Hast du das Lineal bereit? Ja. Ich frag nur. Oh, das weiß ich nicht, ob das... Ja, war der noch weg. Ah, ich hätte gedacht, das läuft doch einen kleinen Ticken höher. Ah, 55 auf beide, okay. Mine wär besser gewesen, glaub ich. Mama! Ich wollte maximalen Schaden anrichten. Ja, das verstehe ich. Ganz ehrlich, ich glaub ich würde da erstmal stehen bleiben und mir dann angucken. Ja, aber ich hätte gerne... Na ja, schieß wenigstens auf die zwei Gelben da drüben. Die Sachen hier. Oh Gott. Da ist aber... Nein, da ist die Mine. Das Wasser wird dich jetzt runterspülen. Oh, das würde ich sagen, das freu ich mich fast für euch. Wie das da bei euch läuft. Bram, dein packen Gefäß wird eher aus, als wenn du einfach nichts tust. Kleine Huren. Ihr kleinen Hurenkinder. Da ist ein... Den Nöppel da siehst du aber, ne? Scheinlich. Welchen dem Nöppel? Bitte, 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 bitte. Boah, Alter. Spür die Spacken weg! Ach du Scheiße! Ihr Wichster! Fickt euch! Na ja. Mein Gott. Ihr Ficker, wenn ihr euch hier gegen mich verbündet. Ja! Wir haben halt die Vierer-Würmer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das fühlt sich gut an. Vierer-Würmer? Sepp hat auch noch vier Würmer. Ja. Sepp weiß ja, sich da immer zu verstecken hinter sein. Ja. Das muss ich jetzt schon gut werfen, ne? Eins, zwei, ne. Guck mal, wir machen drei. Ach, das ist ja Pinöppel, ne? Na. Mega. Mega. Yes! J28 Schein! Das ist ja der Oberspin! Haha! 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 Cockset. Ja! Jetzt hätte er da absichtlich gemacht. Als hätte er das absichtlich gemacht, ja. Als hätte er absichtlich gemacht, ja. Also Bram, ich würde mich ja… ne? Wüs affect ja gucken, einer es schießt. Ja, er muss erstmal… Oho! Alter, was? Nein! Krass. Ich würde ja erst mal Teleport-Schutz machen, Bram. Als ob. Wäre ich auf Bram gegangen, kriege ich noch einen Schuss ab. Ich wäre auf jeden Fall auf Bram gegangen. Okay, nice. Das ist perfekt. Jetpack hat er nicht mehr. Lineal bereit. Oh, das könnte jetzt Aua machen. Ich glaube, der ist fach jetzt einen von sich. Ja, aber dafür bist du weg. Das wäre voll okay. Wäre nicht so okay. Er lebt noch. Er reicht ja erst mal, aber ist einer wieder weniger von ihm. 21, 28, 28. Ist schon okay. Bram, ohne dich wird das nix, ne? Hey, ich bin nicht auf dich gegangen, ja? Da er so weit ist, ich kann ja auch Bram da jetzt runterspülen, ne? Da er sagt dir, er ist ja Bündnis auf Zeit. Du musst ja auch gleich langsam weg. Weil sonst kommt das Sundeath. Kommt jetzt schon. Ja, ja. Ich wollte das nur mal sagen, Sepp. Ich wollte mich ja verpissen. Einen. Was mach ich denn jetzt? Jetzt kann ich ja gar nicht da reinschießen. Hä? Schieß auf den 64er einfach. Jetzt willst du auf einmal dich beteiligen? Schieß einfach auf den 64er. Schieß einfach da drauf, Bram. Wenn du triffst, dann sind die tot. Schieß auf den 64er, dann bist du vorsichtig. Der 15er opfert sich gerne, Bram. Wenn du auf den 64er... Bram, ey. Mann, was machst du denn auch? Jetzt spür ich den doch einfach weg. Das ist ja das Einfachste, was du gemacht hast für mich. Ich hätte gebuddelt, glaube ich. Bram, hilf mir einfach. Das ist so nett. Ja, einfach schießen. Das ist okay. Oh, Moment. Da muss ich, glaube ich, mal kurz meinen Teleport nutzen. Ich muss die Fassentum-Prom wechseln. Wir sehen. Dann gehen wir noch mal kurz ein Werfenkistchen holen. Oh. Das war schon smarter, als du machen. Wenn das geklappt hätte, wäre das gut gewesen. Ja, aber du hättest ein bisschen höher ziehen sollen. Das ist richtig. Also ich hätte das auch... Also das war jetzt auch meine Grundintention, dass wenn ich da weg... Sorry. Oh, nice. Hat doch nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Scheiße. Guck mal, jetzt ist es zwei gegen zwei. Und? Ja, der eine wird sterben. Ja, aber du hast noch drei Würmer. Ja. Ah, der eine wird doch sterben, Bram. Ja. Ich habe doch gar nichts gemacht, großartig. Du hast wirklich viel geholfen. Ich bin da ja early. Ich bin gespannt, was passiert. Sehr gespannt, was da jetzt passiert. 2, 1, Risiko. Ne. Ich komme noch nicht mehr weg. Ich hatte keine Items, mit dem wegzukommen. Und mein Skill reicht leider dafür nicht aus. Stimmt, du hast den Telefuss-Ding ausgelöst. Ich hatte alle Sachen schon weg. Ich hatte nur noch einen Ninja-Rope. Ich habe jetzt einfach auf Bram schießen gesollen. Dann hast du wenigstens auf Platz zwei gekriegt. Ne. Also, ich sehe Bram immer noch nicht als meinen Feind an. Das ist schon klar. Ja, Bram. Ich bin heute aber auch mit Bram. Ich weiß auch nicht, wann der kommt. Es gibt sowas wie Schwerkraft. Aber ich war ja auch nicht. Was macht ihr denn da? Ich schenke selber den Sieg. Ja, warte, warte, warte. Erstmal muss ich das schaffen. Ich habe keinen Wurmwechsel mehr. Ich springe jetzt einfach ins Wasser, glaube ich. Ich habe keinen Wurmwechsel mehr. Das ist gar nicht so geil. Ich habe doch lieber zum Bram-Bruder versucht. Hey, nicht. Ach, weißt du was? Der Wurmwechsel. Oh, ach so, der ist da. Oh, ist okay. Ja, GG. Habe ich gut mitgearbeitet. Ja, Bram, also ich bin stolz auf deine Leistung. Aber wir haben es wenigstens versucht. Jay hat es einfach nicht gekriegt. Das war die geilste Runde ever. Erst der Armageddon ohne Schade. Dann verbündet ihr Ficker euch gegen mich und ihr verliert. Naja, also Bram hat ja nicht wirklich was ausgerichtet. Herrlich, 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 herrlich. Das war eine schöne Runde. Vielen Dank für's Zuschauen. Haut rein und tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss.